Guten Morgen! Guten Morgen! Hast du da die ganze Nacht gestanden? Und mir beim Schlafen so gesehen? Ja. Ähm, ich bunker hier in dem großen Doppelhaus. Mal ein paar Kisten. Ja. Okay. Mach das. Als wär ich mit Dreck beworfen. Wie schön. Und Holz. Auch schön. Aber ich würd sagen, ich lass mal soweit alles... Lass mich mal kurz umräumen, bitte. ...was kaputt gehen kann. Na, ich wollt jetzt hier nicht mehr ewig zubringen. Ich hab jetzt auch nicht mehr viel Nahrung und so. Und alles doof. Du stehst grad vorm Ofen. Ja, mir egal. Ich hau jetzt hier die Kiste noch voll. So, und was nötigst du dabei? Guck mal in den Ofen hinter dich, der grade fackelt. Was sind da? Essen. Dankeschön. Bitteschön. Ach, da kann ich theoretisch die Öfen ja gleich nochmal befüllen. Fällt mir grad so auf. Ich hab dir schon was mitgenommen, lieber Cobalt. Du vergisst es doch eh wieder. Das ist ein Traum. Na. So bin ich zu. So bin ich zu dir. Ach ja. So, ja, Neta. Neta Action. Neta Neta Neta. Schließlich ist heute Neta Action Tag. Wow. Action. Sekunde. Action. Ich würd gerne meine Werkzeuge tragen. Oh, das Schaf will auch in den Neta. Nur zu. Cool. Vielleicht finden wir ja den geheimen Schaf volle Betten Neta Exploit mit dem Schaf zusammen. Wir schieben einfach ein paar ohne Planks unter das Schaf und dann steht da auf einmal ein Bett im Neta. Uiuiuiui. It's magic. Ach übrigens, ähm, ich habe auch noch ein bisschen mehr Wegzehrung dabei. Sehr gut. Fünf Brote, fünf Äpfel. Wow. Tschüss Gätzchen. Na, solange das jetzt nicht mit in den Neta kommt. Ach so, ja, wir betreten das erste Mal den Neta. Au. Holy. Was denn? Ähm. Ähm. Er ist in die falsche Richtung gelaufen. Ähm. Ich bin gar nicht gelaufen. Ich wurde geschubst oder so. Ähm. Ja. Ja. Ja gut, äh. Oh nein, ich habe meine Spitzhacke vergessen. Ich nehme an, du hattest viel dabei. Ne, ich hatte das Wesentliche raus. Ich hatte eigentlich nichts dabei außer halt die ganzen Tools. Hm. Ja, gut, äh. Ich hoffe, du hast Pfeile dabei mit deinem tollen Bogen. Ja, 16 Stück. Ey, was ist denn das? Das ist doch mal... Kannst du da mal bitte eine Sicherheits... Worst Neta Spawn ever. Hallo, was ist denn das für ein Mist? Ich komme mal durch, Vorsicht. Also ich... Ne, 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 ne. Ich habe mir jetzt die Diamantspitzhacke genommen, ne? Ja, das war meine. Bringst du mir eine Eisen mit, bitte? Müssten auch noch welche da sein. Was wolltest du in der Eisen? Ja. Und wenn du Pfeile findest, hast du... Wie war das? 16 Stück hab ich. Wenn du noch Pfeile da haben solltest, irgendwo in irgendeiner Kiste, dann bring die einfach mal auch mit. Oder Flint, Holz und, äh, Wooden Sticks. Ach, genau. Und Federn... Auch noch ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ähm... Ja. Moment. Haben wir überhaupt Federn? Ja, das ist es ja. Ich glaube nicht. Ah, das ist ja... Oh nein. Nein. Ah, eben hat schon der erste Gas auf mich geschossen. Flint in Steel hast du dabei, ne? Ja. Zum Glück. Ich darf nicht sterben. Ihr müsst mich geschützen. Ach, der ist da unten. Äh, bin ich jetzt hier ganz allein, oder was? Ich hab dich grad gefragt, ob ich durchkommen soll. Du sagst, das ist Müll. Ja, da hatte ich noch... Jetzt komm ich. Ey, das ist... Sag mir Bescheid, wenn du weg bist, Kobold. Ohne Mist jetzt. Ich bin weg. Also, das ist grad so ein dezenter Motivationsdämpfer. Guck dir den Mist an, das ist... What the... Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich gestorben bin. Was ist denn hier los, ey? Ja, das ist vor allem hier rundherum so. Hier ist nichts. Wir müssen... Hier ist überall nur... Wo ist der Gast? Unter uns. Hier ist überall nur Mist. Äh, ja. Man kann zumindest schon mal hier ein bisschen Steine mitnehmen. Hm. Kann man aus denen eigentlich die Bricks craften? Ich glaub, ich mach's mal ein bisschen heller hier im Meter. Dass man auch ein bisschen was sieht. Also, dass es wirklich der schlechteste Spawn, den es geben kann. Ja. Also, so schlecht hab ich's auch nie erwischt. Hm. Was? Oh, ich glaub, der nie hat was gefunden. Ich bin einfach... Ich hab mich einfach mal hochgebuddelt. Ah, hervorragend. Ja, das gibt wieder etwas Hoffnung. Oh ja. Nimmst du den Closedorn direkt mit? Ja. Oh ja, hier kommen wir runter. Okay, also ich hab kein Schwert dabei. Ich bleib bei euch halt. Ja. Ich mein, wir brauchen ja an sich keins, außer wir treffen Blazes. Weil die Pikmen sind ja so nicht aggressiv erstmal. Ja, hier müssen wir irgendwie für uns vielleicht ne Treppe runter machen oder so. Keine Ahnung. Ah, Kobold. Obwohl, wir können ja auch erstmal hier oben lang weiter. Obwohl... Ja. Na ja, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall mehr Glowstone. Hier mal kurz aufpassen. Aber hier ist nichts gefährliches. Na ja, ist ein bisschen Lava. Vorsicht. Nicht wieder schwimmen gehen, Kobold. Aber Vorsicht vor uns. Gas. Hm. Guck mal hier unten. Vorsicht. Nichts passiert. Ein Fall. Gas. Tot. Einfach mal den Feuerwald zurückgeschleudert. Ja, ich hab's gesehen. Like a boss. Ein roter Pilz. Ein roter Pilz. Ein roter Pilz. Ich muss da hin. Ja, hier ist irgendwie... Vorsicht, da ist Lava. Ich wollte doch nur zum roten Pilz. Ich muss doch ne Pilzform anspannen. Also hier ist irgendwie ungünstig. Da hinten ist noch ein roter Pilz, im Übrigen. Dann lass doch hier runter gehen. Ja, dann mach schon mal. Ich will mal schnell noch den roten Pilz füllen. Ja, hier kann man ohne Probleme. Ja wunderbar. Dann haben wir uns schon mal angefangen mit Fackeln den Weg zu markieren. Nein, nicht, ne? Nicht wirklich. Dann fang ich jetzt mal damit an. Hm, hier ist auf jeden Fall Seelensand. Ja, Wayne, ne? Ah, für die Kirche vielleicht ganz schön. Ach so, ah ja, so denkst du also. Sehr gut. Gibt's da hinten irgendwas interessantes? Du gibst es schon wieder auf der Jagd, hä? Na, da hat uns aber nicht gesehen. Hm. Ich pass nur auf euch auf. Hervorragend. Ich hab jetzt zwar ne Höhle gefunden, aber die... Hier unten sind mehr Pilze. Pilze und nichts. Ja, Pilze sind eigentlich relativ relativ. Pilze sind schnelle Pilzsuppe. Ja, aber. Aber. Ja, Pilze sind schon ganz gut bei unserer Nahrungssituation. Aber eigentlich gucken wir grad primär nach Strukturen. Um die Steine mitzunehmen für halt schöner bauen. Schöner wohnen. Ja. Genau, das war das, woran ich dabei dachte, ja. Ja, in die Richtung könnte vielleicht was sein. Eigentlich könnte in jede Richtung was sein. Ähm, markierst du mal bitte? Wo soll ich ran pullern? Ich hab Angst. Ach was. Oder meinst du Fräulein? Hm, nein. Hm. Pick my party. Ich hab leider meine Kameradistance aus Performancegründen nicht aufs Maximum. Also wenn jemand von euch was sieht... Ja, ich guck grad schon. ...was ich nicht sehe, dann... ...klick's Bescheid. Dann sagen wir's dir nicht. Okay. Hm. Ich seh meine EP-Prawl da unten. Ja, die geh ich dir grad wegnehmen, Jan. Nein! Meine! Okay, okay. Hier ist auf jeden Fall gleich wieder so ein bisschen tiefhängender Glowstone, den wir mitnehmen können. Und ich setz mal wieder fackeln, fällt mir Platz auf. Man hätte sich einfach direkt wieder von Anfang an ne Karte machen sollen. Ja. Das wär natürlich Like a Boss gewesen, ja. Ach. Like a Boss ist trotzdem durchkommen. Und wieder zurückfinden. Aha. Irgendwie. Die Pigmen auf der Insel. Ja. Ihr wartet auf mich, ja? Ja. Am lustig... Was, wo denn? Ich bin hier grad noch am Glowstone abbauen. Achso, ja, ja. Wir freuen uns über die Pigmen auf der Insel Party. So, ein paar Lämmchen lass ich ja rungen. Am lustigsten ist es immer, wenn sie anfangen die Lavaströme hochzuschwimmen. Und aber die sterben? Nein, die sterben halt dadurch lustigerweise ja nicht. Oh. Die scheinen da recht immun zu sein. Aber irgendwie scheint es hier ziemlich totes... Na, da hinten. Sieht so... Ja, ja, ja. Entweder da ist was oder da ist Lava. Naja, da geht's auf jeden Fall weiter. Hacker! Sag mal, Kobold, wenn du meine Diamantspitzhack hast, warum benutzt du deine Eisenhacker? Ich hab die Diamant daheim gelassen. Das ist aber lieb. Dank dir schon, dass eine draufgegangen ist. Äh... Die wenigstens wohlgemerkt fast kaputt war, also von daher. Puh. Vorsicht hier mit dem Feuer, aber ich mach mal ein bisschen was aus. Markieren? Ja, ja, mach ich hier oben. Und hier sieht man dann da hinten auch eine Fackel. Hm. 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 Ja, irgendwie... Alles... Nicht so. Nicht so. Ne? Es ist ja grad echt ernüchternd. Um nicht zu sagen, voll geschissen. Tja. Hm. Und nun? Hm. Hm. Gucken, ob man Netherbrick craften kann. Ähm... Also mit 4 schon mal nicht. Also... 2 mal 2. Kann man Netherbrick vielleicht kochen? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Habt ihr Hunger? Geht's da hinten weiter? Sieht jemand was? Ja, ich hab... Wie viel? Danke. Kann jemand sehen, ob's in die Richtung irgendwo weitergeht? Ähm... Ne, das scheint... Recht tot zu sein. Ja, aber... Da ist, glaub ich, nichts. Hm. Okay. Dann müssen wir's in ne andere Richtung nochmal probieren. Weil irgendwie... äh... Geht sich das hier ja nicht aus. Wahrscheinlich wär dahinter die riesigste Netherfestung aller Zeiten. Aber... Naja. So ist es halt, naja. Oh, mir liegt hier noch Gloucester und das. Ein Stück. Was ist da los? Hm, ich glaub das war das, was mir der Kobold zugeworfen hat. Achso. Da hinten. Aber es würde auch kritisch dahin zu kommen. Also ich seh da nichts. Ich seh nix. Okay. Hm. In die Richtung nochmal drüber gucken. Obwohl... Da kommen wir hier. Ne, ne. Von hier kommen wir aber, da drüben meine ich. Könnte man machen. Ja, aber sieht man ja eigentlich auch von hier da um die Ecke und ich glaub da war auch nichts. Ach verdammt. Echt jetzt. Nichts los hier. Also hier ist noch ein riesiger Lavasee. Ja. Ja. Und viele Pigmen. Die machen mir Angst. Wo seid ihr hin? Ähm. Ja, hier. Richtige Richtung, ja. Eine falsche Richtung. Umdrehen. Umdrehen. Genau hinter dir. Ah. Nein. Ah. Ja. Die Schweine machen mir Angst. Wird das auch geklärt. Ach Mensch, hier. Was ist denn los? Menno. Beschissenster Netter ever. Ja voll. Da hatte ich ja in der alten Welt dann irgendwie schneller ne Festung gefunden. Mit den schon generierten Chancen ohne Festung. Ach man. Gib es doch nicht. Echt jetzt. Kann doch mal folgen sein. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Hier ist einfach nur riesiger gigantischer Lavasee. Genau. Ja. Ach Mensch. Ja, dann müssen wir es in die Richtung vielleicht nochmal probieren, weil viele Möglichkeiten gibts ansonsten nicht mehr. Komm mal da an vielen roten Pilzen vorbei. Das kann ich dir nicht versprechen. Ja, komm mir. Genau diese meinte ich. Hm. Alles höchst unerfreulich. So. So. Fackeln. Hm. Hm. Das gibts doch gar nicht. Äh. Ich hab grad Pilze einge... Ich renne einfach mal mit vor dem Hintergrund. Ja. Ist eh eh. Hier. Ich nehm dir noch die zwei hier mit. Was denn überhaupt? Ach da. Ja. Ach ne. Das ist auch ein Dead End, wie es aussieht. Ach ne. Ach komm. Ich buddel mich jetzt hier einfach quer durch. Ich. Ja, aber sei echt vorsichtig wegen Lava und so, ne. Aber viele Optionen werden uns nicht bleiben, als uns einfach irgendwo mal irgendwie quer durchzupudeln, glaub ich. Äh. Irgendwas ist hier. Und das sieht nach nem... Ich brauch mal ne Fackel bitte. Ich komm sofort in deine Richtung. Komm doch mal vor in deinem Gang, wo auch immer du bist. Ich bin da, wo du gerade sagtest, hier ist schon wieder ein Dead End. Ja, bist du da runter gegangen oder bist du noch oben? Nee, ich bin hier einfach oben geblieben und hab mich gerade ausgeprudelt. Hallo. Wenn ich hier schon wieder in Gas aufpassen. Hallo. Äh. Hier. Da rein. Einfach mal hinter und ne Fackel setzen. Oh ja, das sieht gut aus. Äh. Nice. Ach wie du es immer anstellst. Ey, der Hammer. Die Linnie ohne Mist sagt, ich buddel mich hier einfach mal durch. Bam. Festung. Ach. Unser Linnieleinchen. Ja, Vorsicht mit den... Ja, ja, Blazes. Ab jetzt wird's gefährlich. Ja, saugeil. Jetzt hier, nehmt mit, was nicht nid- und nagelfest ist. Wir bauen denen jetzt ihre Festung ab. Voll. Ein bisschen Licht wäre ganz cool. Mhm. Ja. Ja, ey, mir fällt's grad nicht so auf, weil ich hab grad die Brightness ein bisschen nach oben gerupft, weil das ansonsten, wenn's zu dunkel ist, im Meter gerne mal in der Aufnahme richtig unschön aussieht. Oh, nicht mal zweistöckig, oder was? Vielleicht noch nicht. Ach so, vielleicht nach unten, ne? Vielleicht mal den Boden raus... Oh ja. Oh ja. Ach, und da hinten geht's auch noch irgendwie weiter? Nee. Oder? Ja, irgendwie... Äh, ich glaub, die könnte was größer sein. Äh, komisch. Na ja, was sonst. Oh. Meine Spitzhacke ist gleich dumig. Nee, aber irgendwie auch nicht zweistöckig. Meine ist Matsch. Äh, ja, also ich hab, äh, 67 Bricks und vier Zäune. 14 Zäune und 56 Bricks. Okay, ähm, ja... Dann krieg du mir mal die Fackeln, dann mach ich hier mal ein bisschen Licht. Ja, das wollte ich grad vorschlagen, sowas in der Art. Dann nehm ich auf jeden Fall mal noch ein paar Zäune mit. Ja, wir wissen ja jetzt in etwa, wo wir hin müssen. Da kommen wir schon nochmal hin dann, im Zweifelsfall. Ich wär ja fast noch interessiert an... Tränke! Ich ernte mal ab, ja? Ja. Du hast die hoch erntvolle Aufgabe. Genial. Sau geil. Ehrlich. Echt. Oh, bingo. Highscore. Das ist jetzt echt richtig cool. Das entschädigt doch für diesen miesen Start. Oh ja, da oben ist Lava. Ja. Und baue nicht die Treppe ab. Äh, doch, ich baue die Treppe ab, weil wir wollen doch verdammt auch nochmal Treppen. Ja. Oh, Entschuldigung. Pass auf wieder, ne? Also, nicht wieder sterben, meine ich dann. Da! Hä? Das kannst du doch nicht tun. Ich hab ihn gerade etwas erschreckt, den armen Kobold. Oh. Etwas? Ich sterbe. Oh. So schnell stirbst du nicht, außer du springst in die Lara. Ah, hier sind auch Treppen. Mitnehmen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja. Wie so eine randalierende Meute ziehen wir hier durch die Nähterfestung. Hier ist noch eine Treppe nach oben. Wir klopfen einfach alles kaputt. Macht schon Spaß. Ja. Ja. Was? Oben? Unten? Da ist noch eine Treppe nach oben. Oh, noch mehr Treppen. Ja, komm mit. Hallo Schweinchen. Ja. Ah, sehr gut. Und hier? Nicht viel. Zäune, Zäune. Ich hör hier gerade irgendwas flatschen. Also es klingt nach einem Schwein. Äh, nach einem Schleim. Schleim? Schleim, Schleim. Ja, sehr, sehr genial. Wee! Also da haben wir jetzt mal richtig Glück gehabt. Okay, die zweite Etage ist hier ein bisschen zu. Schleim. Ramscht. Oh mein Gott. Was ist los? Naja, das stimmt. Äh, wo seid ihr jetzt hin? Wir kommen gleich wieder zurück. Aber ihr seid nach oben. Habt ihr überhaupt Licht? Nö, ich hab aber die Brightness of Bright. Hä? Ja, ich seh grad gut im Dunkeln. Ach, da seid ihr hoch. Ich bin hier hinten gerade hoch. Ja, hier war auch nochmal was hoch. Aber da hinten war auch nochmal was hoch. Und hier geht's runter. Und da hinten ist was mit runter, ja. Hallo. Ach, ja. Hallo. Oh Gott, ist der komisch. Oh Gott, ist der süß. Darf ich den behalten? Dann besser nicht. Okay. Töten. Ja, gut, ehe wir uns jetzt hier weiter drin ver... Laufen. Verwanzen. Ich hab hier grad irgendwas brennendes gehört. Das Ding scheint definitiv etwas größer zu sein. Äh, das ist doch mal ne Aktion für ne längere Erkundungstour. Definitiv. Mit mehr Vorräten, mehr Fackeln, mehr Werkzeugen. Da gibt's dann noch ein... ...zum auseinandernehmen. Ein Super-Special... Uh. Super-Neta-Special-Special. Was los? Bist du in die Lava gefallen? Ne. Ich guck hier bloß mal draußen so ein bisschen was da noch ist. Super-Neta-Special-Special-Special-Special. Was ist denn da so noch? Da ist schon noch so einiges noch. Na, da wär ich da auch mal nen... Äh... Wow. Wow. Und vor allem, da sind ja hier im Dings noch drei Stöcke drunter. Und... Da drüben ist auch noch was. Das ist ja wie ein gigantischer Komplex. Wahnsinn. Für den beschissenen Spawn... Und wer hat's gefunden? Ja. Die Leni. Die Leni. Guck mal da hinten, was da rumhupft. Oh. Oh. Oh oh. Wir werden beschossen. Von wo, von wo? Ich hab's noch nicht sehen können. Ja komm, lass mal zurückgehen, bevor hier noch jetzt irgendein Crap passiert. Massenvergewaltigung. Zum Beispiel. Nein, das ist eher nicht. Da müssen wir uns eher mit den Testificates in Acht nehmen. Oh ja. Ja. Ähm... Darunter, oder? Oder? Naja. Sind da Fackeln? Hier ist ne Fackel. Dann hier runter. Folge den Fackeln. Äh... Hier ist keine Fackel. Hier ist Dead End. Nein! Aber hier war doch ne Fackel. Ach, da ist ne Fackel. Ah, dann müssen wir jetzt hier nach links. Machen wir mal ne kleine Bestandsaufnahme. Was ist los? Ich hab 40 Zäune, 61 so Bricks. Ich hab immer noch 67 Bricks und 14 Zäune. Äh, 4. Ja, 14 hab ich. 14 Zäune. Ja, ist ja erstmal... Ja gut, wir haben jetzt erstmal was. Kann man ja gern nochmal herkommen. Ja, das stimmt. Für die... Au! Ich muss es nochmal betonen. Wie... Was hab ich gesagt? Super... Neta... Ne, Neta... Super Neta Special Super Folge. Ja. Neta Super Special Folge. Hyper. Hyper. Hyper Mega Super Neta Folge. Was ist hm? Ich hab uns mal ein Treppchen gebaut. Hm. Na jedenfalls die kommt dann irgendwann, wenn die Materialien aufgebraucht sind. Nicht verpassen. Ja. Ich freu mich schon drauf. Die Super Hyper Neta Mega Special Folge. Na dann geht mal voraus. So. Wo geht's raus? Die wird so mega. Na, den Fackeln lange. Aber das ist die falsche Richtung Fackeln. Wir müssen hier in die Richtung. Puh. Ha. Ha. Dieses ganze Fackelsystem. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie auch fackeln. Ich blick's. Das ist die Hauptsache. Juni nicht ablenken lassen. Hier folgen. Aufpassen. Hier ist Feuer. Unter anderem. Mach's doch aus. Ne. Wir hätten, glaube ich, da unten lang gemusst. Ja. Aber... Aber... ist absolut machbar. Oh mein Gott. Und wo eigentlich, der schießt gleich wie ein Gas auf uns. Sehr gut. Zeig's doch. Absolut machbar. Und schau. Hier sind so schöne Fackeln wieder. Alles ist cool. Ich komm super klar damit. Ich hab eine Top-Orientierung. Äh... Fuck it. Da oben. Ich komm ja jetzt wieder da hoch. Ach ja, ja. Wir sind ja schon am Anfang. Ja, ja. Es ist so gut wie... Also so weit ist die gar nicht mal. Oh, oh. Hinter dir! Boah. So. Pro-Sniper. Meine schönen EP-Perlen. Ja... Egal. Du bist die Heldin des Tages in mehrfacher Ausführung. Also... Sei doch mal auf die EP-Perlen. Truf Geschisser. Ja. Ich bin froh euch gerettet zu haben. Und geholfen. Und alles zu einem guten Ende führen lassen. Und... Ach. Du bist halt einfach heut wirklich die Heldin des Tages. Das ist doch echt mal schön zu hören. Da runter, hä? Ach stimmt. Da hat Luni uns ja schon das erste Mal aus Apache geholfen. Ja. Nach Hause. Nach Hause, ja. Du warst doch schon mal... Zwischendurch. Ja. Ja. Gut. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... Kiste. Eine neue Kiste. Äh... In dem großen Doppelhaus stehen zwei Kisten rum. Jetzt brauchen wir erstmal... Eine gute Nacht brauchen wir jetzt erstmal. Oh ja! Als allererstes. Sieht zwar bei mir aus wie Tag, aber ich stell das auch grad wie direkt wieder um. Was machen die Testifikates hier außerhalb der Häuser? Party! Saufen! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Dat war's! Gute Nacht! Babykuh